Ich habe vor zwei Tagen eine E-Mail bekommen von Indeed, auf die ich ehrlich gesagt schon lange, lange warte. Indeed scheint jetzt das Produkt-Lebenslauf-Datenbank, scheint genannt Indeed Lebenslauf, in Deutschland freizuschalten oder zu launchen oder wie auch immer. Das macht absolut Sinn, es wurde sogar Zeit. Vielleicht für die, die sagen, mit Indeed habe ich mich noch gar nicht so beschäftigt, was steckt dahinter? Ich konnte in der Vergangenheit schon meinen Lebenslauf bei Indeed anlegen, also ich konnte mein Konto anlegen, zeige ich Ihnen gleich auch mal, und dann konnte ich meinen Lebenslauf dort hinterlegen und den dann benutzen, wenn ich mich auf ein Jobangebot, das ich über Indeed bekommen habe, beim Unternehmen bewerben möchte, dann konnte ich das mit diesem Lebenslauf bei Indeed machen. Diesen Lebenslauf konnte aber bisher niemand sehen, also außer natürlich dem Unternehmen, den ich Ihnen anschicke. Und ich habe damals schon vor drei, vier Jahren mal gedacht, man musste auch nach diesen Lebensläufen und nach den Daten in diesen Lebensläufen suchen können. Das ging auch, allerdings nur in anderen Ländern, also vor allen Dingen in Amerika, in England und so, aber nicht in Deutschland. Ich habe mich gefragt, wann fängt Indeed damit an? So, und jetzt die Mail, 9.11.2017. Wir sind kurz davor, denn mit dieser Mail informiert Indeed uns darüber, dass alle, die ihren Lebenslauf im Moment hinterlegt haben, der wurde auf Privat gesetzt, das heißt, niemand kann den sehen. Aber, Indeed schlägt jetzt vor, wenn Sie den Vorteil Ihres Indeed-Lebenslaufes ganz nutzen möchten, dann setzen Sie Ihren Lebenslauf darauf öffentlich. Denn damit können Sie Ihren Lebenslauf noch individueller teilen, noch leichter teilen, weil Sie eine eigene URL haben. Sie können sich natürlich weiterhin auf Jobs bewerben, ganz normal. Auch wichtig, Ihre Kontaktinformationen sind nur von den Arbeitgebern sichtbar, bei denen ich mich beworben habe oder, da ist schon das Zeichen, denen ich geantwortet habe. Das heißt, demnächst werden Arbeitgeber mich anschreiben können. Das ist ja das, was ich so spannend finde und da gucken wir auch gleich rein. Und ich kann natürlich jederzeit meine Privatsphäre-Einstellung wieder ändern auf Privat. Das Ding ist halt, dass Indeed jetzt sagt, sobald Indeed-Lebenslauf in Ihrer Region in vollem Umfang eingeführt wurde, kann Ihr Lebenslauf von jedem eingesehen werden. So. Und das gucken wir uns jetzt mal an. In der Hoffnung, aus Sicht des Sourcers, dass natürlich ganz, ganz viele Indeed-Nutzer genau das machen, um dann auch gefunden zu werden, schauen wir uns also mal unser Indeed-Konto an. Dafür klicke ich hier mal drauf und bin jetzt hier in meinem Konto. Hier sehe ich meine Jobs, hier sehe ich meine Suchanfragen, hier sind die E-Mails, die ich bekommen habe, meine Einstellung, mein Konto. Okay, brauchen wir uns jetzt nicht näher angucken. Mein Lebenslauf hatte ich schon mal angelegt vor geraumer Zeit. Ich habe hier, kann ich sagen, was für einen Job wünschen Sie? Teilzeit, Vollzeit, Werkvertrag gefristet. Ich habe halt gesagt, ich will Freiberufler, Interim, freie Mitarbeit, so, genau. Dann kann ich hier halt meine Berufserfahrung anlegen. Das tut jetzt hier wenig zur Sache. Ich kann Links anlegen, meinetwegen zu noch sozialen Netzwerken oder meiner Homepage. Noch besondere Kenntnisse, die ich dann selber eingebe. J2E oder SAP BW on HANA oder sowas. Auszeichnung, Zertifikate. Was ist mit Gruppen gemeint? Ich bin noch immer ein Mitglied dieser Gruppe, keine Ahnung. Vielleicht eine schlagende Verbindung oder sowas, Publikationen. Genau, also ich kann einfach meinen Lebenslauf nochmal richtig aufpimpen mit Infos, die ich da bisher sonst nicht stehen habe. Und dieser Lebenslauf ist jetzt demnächst für alle Arbeitgeber einsehbar. Und wie das aussieht und funktioniert, das gucken wir uns jetzt an. Dafür müssen wir aber, weil Lebenslauf Deutschland oder Indeed-Lebenslauf in Deutschland ja noch nicht freigeschaltet ist, gehen wir in die internationale Suche. Das heißt, indeed.com slash resumes und sagen jetzt mal, wir suchen einen SAP BW on HANA. Consultant in Boston. Und siehe da, 135 Lebensläufe. Ich kann einen Suchagenten einrichten. Ich kann hier anscheinend Lebensläufe speichern oder angucken, die gespeichert sind und die ich kontaktiert habe. Ich kann ähnlich wie in Xing und LinkedIn sagen, wie weit soll der von Boston, darf der von Boston entfernt sein, Umkreissuche. Und dann werden mir auch hier andere Jobtitel oder Jobtitel vorgeschlagen, die halt SAP BW on HANA enthalten. Jetzt habe ich hier noch die Berufserfahrung, weniger als ein Jahr, drei bis fünf und so, Bildungswege. Und ich habe hier Firmen, bei denen BW on HANA Experten oder whatever arbeiten. Jetzt gucken wir uns noch mal einen an. Hier ist es anonymer. Gibt es denn hier einen Namen, den ich aussprechen kann? Nehmen wir mal Tivra. Tivra Dayal, Senior SAP FICO Consultant. Den gucken wir uns mal an. Und dann sehe ich hier, also Indeed schmeißt mir den raus, weil er enthält natürlich SAP, er erhält ON, aber nicht SAP BW on HANA. Ist denn BW hier auch noch irgendwo drin? Ne, also es ist ein SAP FICO Consultant. Wenn ich den jetzt kontaktieren möchte, muss ich hier anscheinend 80 Cent bezahlen. Das ist ja interessant. Da weiß ich jetzt noch nicht genau, woran das liegt. Könnte ich jetzt hier meine Daten bearbeiten, Zahlungsmethode und so, mache ich jetzt hier aber nicht. Ich kann den Lebenslauf speichern. Ich kann ihm jetzt keine E-Mails schicken, weil ich müsste Bezahldaten. Das will ich nicht. Gehen wir noch mal zurück und gucken uns noch mal einen anderen an. Okay, also Michael Ondadong, da muss ich auch 80 Cent bezahlen. Mal gucken, passt der denn besser? Der hat hier SAP HANA zumindest drinstehen. ON HANA Studio, das passt schon deutlich besser. Lead Consultant. Gut, also über die Qualität der Suche muss man natürlich tatsächlich mal, das muss man mal im Auge behalten. Wir können natürlich einfach mal probieren, was passiert, wenn wir das Ganze als feststehenden Begriff. Ah, so, jetzt haben wir nur noch 17 Lebensläufe. Vandana Gupta ist SAP HANA und Oracle Applications Consultant. BW und HANA, da ist es. Okay, also. Bei Indeed funktioniert offensichtlich noch die klassische Bool'sche Suche. Das können wir direkt mal ausprobieren. Moment. Fällt mir zu spontan ein. Wir sagen BW und HANA und FICO. CO. Gibt es nur noch zwei Lebensläufe. HANA, BW, OSFICO. Übersehe ich das hier? CO. Okay, ja, gut. Machen wir mal OR. FICO. So, jetzt sind es 221, weil ich jetzt sage, zeig mir halt SAP BW und HANA oder FICO Consultants an. Da ist der Tivra wieder oder die Tivra, keine Ahnung. Javi. Und da habe ich hier SAP FICO. Okay. So, bei allen muss ich 80 Cent bezahlen. Liegt das an Boston? Liegt das am Standort? Was ist denn, wenn wir den Standort ändern in New York? Auch hier muss ich 80 Cent zahlen. Okay. Was ist mit London? In London gibt es nur zwei. Also, auch hier muss ich 80 Cent zahlen. Das wäre jetzt mal spannend, zu gucken, wie das in Deutschland wird. Ah, und ich sehe gerade, ich habe hier noch erweiterte Suche. Haha. Okay. Das wird ja noch mal schöner hier. Kann ich meinen Abschluss? Na gut, Diplom. Ah, das ist ja schon auf Deutsch ausgelegt anscheinend. Gut, also, wir stellen fest, es gibt eine Lebenslaufsuche international über Indeed Resümee. Ich kann mir hier die Gespeicherten angucken. Da ist der Tivra wieder. Kontaktiert habe ich jetzt noch keinen, weil ich jetzt keine 80 Cent bezahlen wollte. Und, aha, hier sehe ich auch, in welchen Ländern ich Indeed Lebenslaufsuche schon nutzen kann. In Südafrika zum Beispiel auch. Gut, aber noch nicht in Deutschland. Aber das wird ja kommen. Das heißt, liebe Arbeitgeber, ihr habt demnächst, liebe Sourcer, ihr habt demnächst eine weitere Quelle mit Lebensläufen aus Deutschland. Und da bin ich natürlich mal gespannt, wie sich das entwickeln wird, wie viele Indeed Nutzer eben tatsächlich diese E-Mail auch sehen, lesen und dann eben tatsächlich sagen, jawohl, ich schalte meinen Lebenslauf auch auf öffentlich. Und, genau, dann haben wir hier eine neue Möglichkeit, die Leute zu kontaktieren. Und das hatte ich schon bei einem anderen Versuch vorhin mal gerade probiert. Da musste ich keine 80 Cent zahlen. Und das zeige ich Ihnen jetzt, das schneide ich mal eben in das Video mit rein. Ich sage jetzt, ich suche J2E-Entwickler in Köln, in Bergeschlattbach. Lassen wir das jetzt mal. Und, was sagt er mir, er fand keine Lebensläufe. Warum? Weil das Ding ja auch noch nicht freigeschaltet ist. Jetzt sagen wir aber mal, wir geben London ein. Da finden wir zwei in London KY und gucken uns den mal an. So, was sehen wir? Wir sehen seine beruflichen Stationen. Er scheint ein Freelancer zu sein. Und können jetzt was machen. Wir können jetzt eine E-Mail senden. Dafür muss ich erstmal meine Telefonnummer bestätigen. Okay. Machen wir. Ihre Telefonnummer wird nicht an Bewerber oder andere Firmen weitergegeben. Dann werde ich in Kürze einen automatisierten Anruf erhalten. Okay. Das testen wir mal. Ich bin mal gespannt, ob das dann auch für Deutschland dient. So, jetzt werde ich gebeten, den Bestätigungscode einzugeben. Das mache ich. Und meine Telefonnummer wurde bestätigt. Und tata, siehe da, wie spannend. Jetzt kann ich hier also ausfüllen und kann sagen, ich bin der Henrik. Und kann hier anfangen, meine Nachricht einzugeben. Ich teste das hier mal. Herzlichen Gruß. Schicke ich natürlich nicht ab, keine Angst. So. Und dann verwenden Sie den Bewerbernamen in Ihrer Nachricht. Jawohl. Ja, klar. Ach so, das fällt. Aha. Um automatisch den Namen des Bewerbers einzufügen. Also es wird ja auch schon bei Indeed automatisiert. Dann kann ich hier meinen Stellentitel angeben. Hier noch die Stellenbeschreibung anhängen und das Ganze auch noch als Vorlage speichern. Und dann absenden. Okay. So, das mache ich jetzt hier nicht. Was mich jetzt noch interessiert, ich lösche das mal vorsichtshalber, ist die Frage, kann ich mir den Lebenslauf auch so schon runterladen? Kann ich? Okay, aber halt ohne Kontaktdaten. Wenn ich jetzt hier wieder draufklicke, lande ich wieder auf dem Feld, wo ich die Nachricht verschicken kann. So. Ganz ehrlich, das wird, könnte eine echt relevante neue Quelle werden zum Sourcen. Zumindest bei der Größenordnung, die Indeed hat, bei dem Geld, das Sie reinstecken für Ihr Business Development und um bekannter zu werden. Ja. Also, könnte Spaß machen. Könnte interessant werden. Müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. So, und bei der Gelegenheit vielleicht ganz kurz ein kleiner Tipp. Ich werde in wenigen Tagen mein Online-Training erfolgreiche Kandidatenansprache im Active Sourcing launchen. Sie können sich ganz einfach, damit Sie es nicht verpassen, auf meiner Homepage als, äh, meinen Newsletter abonnieren. Wenn Sie meine Homepage noch nicht kennen, schauen Sie einfach mal hier vorbei. Scrollen ein bisschen runter. Und tippen hier, abonnieren Sie meinen Newsletter, Name, Vorname, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse ein. Und dann werden Sie informiert, sobald mein Online-Training online ist. Erfolgreiche Kandidatenansprache im Active Sourcing mit über 20 Praxisbeispielen, eigene Ansprache, Texte und die Reaktion der Kandidaten, also aus der Praxis für die Praxis. Genau. Das war der ganz kurze Hinweis auf Indeed als Lebenslauf-Datenbank demnächst auch in Deutschland. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Viel Spaß auf jeden Fall beim Sourcen.